Wollt ihr meine kleinen Meistern, ihr dürft ja meine Challenges nicht hören, deswegen so. Okay Freunde, ich hab mich jetzt gemütet, die Leute hören mich nicht und wir sind alle hier, die ganze Community ist mit dabei. Und ich würde mal sagen, wir starten rein. Mal gucken, was Odomon der Vergangenheit in Fortnite gerissen hat und wie viele Kids ich machen muss. Deswegen, let's go in die Runde. Okay, und mit dabei heute ist die Community. Wir starten rein, let's go. Okay Freunde, es geht direkt los und ihr seht's, ich bin Imposter und wir spielen auf Polus. Polus und let's go. Dann haben wir hier erstmal eine Task à la, haben wir hier erstmal eine Task à la, müssen hier irgendwas suchen. Und ja, dann schalten wir mal kurz rüber, ob Odomon schon in Fortnite einen Kill gemacht hat. Okay Freunde, es geht los und zwar landen wir hier in Holy Hedge, Leute. Und hier landen schon ein paar Leute und wir fangen ein bisschen ruhig an und müssen hier erstmal alle slacken, Leute. Und wenn ich keine zehn Leute slacke, dann müssen wir in Among Us versuchen, die Leute rauszuwoten und so zu gewinnen als Imposter, Freunde. Deswegen, oh, hier landen schon richtig viele. Ein Kill, Digga, let's go. Ein Kill, Digga, ein Kill, Bro. Also Odomon in der Zukunft, mach deinen Kill in Among Us, Brudi. Mach ihn, Digga. Okay, Leute, und ihr seht's jetzt gerade, vorhin habt ihr gesehen. Odomon hat einen Kill gemacht, deswegen passiert jetzt gleich auch ein Kill, Freunde. Deswegen müssen wir uns, aber wir müssen aufpassen. Also wir müssen auf jeden Fall hier ruhig Kills machen. Okay, und jetzt bin ich mit Nindroid alleine, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Machen wir dann auch. Und, äh, der erste Kill, Baby. Der erste Kill, Baby. Und wir laufen einfach weiter, wir laufen einfach weiter. Und, äh, ich würde mal sagen... Okay, okay, Meeting. Crafter hat Nindroid gefunden. In Specimen. Hast du irgendjemanden gesehen, Crafter? Und Kurde hat direkt geschrieben, Bo. Hab mit ihm gefunden. Okay, also ist Milkael und Crafter sozusagen safe, oder was? Lepus war Lep, aber Ka, wo er hin ist. HF an Nindroid. Gut, ich würde aber mal sagen, da wir jetzt eigentlich keine irgendwas haben... Skippen wir, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Und machen wir einfach weiter mit der Runde, falls wir was aufgedeckt haben. Deswegen, äh, let's go weiter. Okay, Freunde. Den ersten haben wir schon mal. Und keiner hat den Verdacht auf mich, Digga. Let's go. Drucker, was sagst du dazu? Odomon, du bist so gut, Digga. Ich küsse doch dein... ... Herz. Okay, Freunde. Wir schalten mal rüber zum anderen Odoman, wo er jetzt ist. Ob er noch einen Kill gemacht hat oder ob er jetzt schon gestorben ist. Oh, auf mich wird geschossen. Es lag! Okay, er schießt auf einmal auf jemand anderen. Aber wir haben den zweiten Kill, Baby! Wir haben den zweiten Kill. Das heißt, Bruder, in Among Us, du weißt... Okay, Freunde, ihr habt's gesehen. Wir haben noch einen Kill. Wir haben noch einen Kill. Jetzt bin ich mal gespannt, den wir hier jetzt holen können. Wir chillen so, machen ein bisschen Baum-Task. Ich hoffe, Odoman hat auch neun Kills geschafft. Weil, wenn ich's nicht schaff, Digga... Scheiße, Bruder. Dann wird richtig traurig. Weil da musste ich versuchen, die Leute rauszupoten. Und da ist Mikael und Slack, Digga. Mikael ist weg. Weg mit dem, Digga. Und rein in den Wend. Okay, okay, okay. Cookie hat jemanden gefunden. Und Kurde schreibt immer noch wo. Aber ich glaub, Kurde ist es nicht. Weil Kurde schreibt immer wo. War vor O2. Die Leiche war vor O2. Okay, wer war O2? Weil ich war mit irgendjemandem, bin ich direkt am Anfang der Runde nach links gelaufen. Aber die Leiche hätte schon viel länger tot sein können. Mit wem bin ich nochmal nach links gelaufen? Mikael war vor 10 Sekunden mit mir in Office. Hab Hochkegg nach Office laufen gesehen. Jetzt ist die Frage, Leute. Sollen wir... Äh, ich bin Kurde, vertrauen? Nivrex schreibt, Crafter ist safe. Okay, okay, dann können wir Crafter mal saven. Also können wir nicht zu 100%, aber wenn's Nivrex sagt. Ja, sollen wir es probieren, Hochkegg rauszuboten? Oder von wo kamst du denn, Hochkegg? Von wo kamst du? O2. Ja. Ja, raus. Ja, wenn er... Hä? Aber, nee. Wir haben... Ich glaub, wir haben falsch gevotet, Leute. Weil... Weil Hochkegg hat ja gesagt, er kommt von O2. Er hat's nicht mal... Er hat's nicht mal verneint. Ich glaub, wir haben unschuldigen grad gekickt. Das war grad richtig... Ich glaub, es ist... Ich bin Kurde, Jungs. Okay, Freunde, es geht weiter. Es geht weiter. Wir haben richtig geile Lock gelockt, Digga. Wir haben's richtig geil gelockt. Und machen jetzt mal hier so ein bisschen Reaktor. Oh, wir gehen da hin. Dann geh ich rüber. Mephams, geh du da hin. So, und wir schalten mal rüber zu Odoman. Und gucken mal, ob er schon einen Kill hat. Hier in der Nähe ist irgendwo noch einer. Hier ist noch einer. Boom! Boom, Digga! Dritter Kill! Let's go, Bruder! Drei Kills in Among Us! Tu es, Digga! Slack jeden, Digga! Holy shit! Drei Kills! Oh, ich bekurte es da... Oh mein Gott! Ich bekurte es mit mir! Oh mein Gott! Nein! Nein, nein, nein! Geh weg! Ich will nicht mit... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, warum tue ich so? Die hören mich eh nicht, Digga! Ich bin doch der Imposter! Mephams, weg! Okay, wir haben den nächsten Kill gemacht. Das heißt, wir gehen rüber und machen hier Report. Ich habe Mephams bei... Äh, äh, wo ist das? Da oben rechts. Ich glaube, Laboratory ist das gefunden. Und! Wer ist denn da hingelaufen, Kurde, hä? Also, ich sage euch ehrlich, ich habe so das Gefühl, es ist Kurde. Er hat die ganze Zeit auf Hochkick geschossen. Er schreibt die ganze Zeit wo, aber er macht es immer noch. Also, ich glaube, das ist eine Masche. Ich habe Kurde auch nach Lab laufen und sehen nach diesem Reaktor-Call. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass Lepus, weil in der Fall Lab, man kann Admin wenden und kann von da... Okay, okay, das ist echt auch gut, Crafter. Also, ich vertraue auf jeden Fall zu 100% Crafter, weil er hat nur Coils gegeben, die irgendwie safe waren vorhin. Und Nivrex hat ihn auf jeden Fall gesaved, als die Kills passiert sind. Das heißt, für mich ist Crafter auf jeden Fall 100% safe und Nivrex zu 50%. Aber es ist random. Ich glaube, Kurde. Crafter war die ganze Runde bei mir. Ja, also. Dann ist es entweder Malf Lepus oder ich bin Kurde. Ich wurde Kurde. Wenn nicht, 50-50 Lepus. Safe. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich hoffe, wir haben gewonnen. Ich hoffe, wir haben gewonnen. Und? Raus. Und? Nein. Okay, es ist Lepus. Safe call. Okay, Freunde. Wir haben jetzt zwei rausgevote. Das heißt, Odumann muss nur sieben Kills machen. Ne, sechs Kills machen. Wir gehen weiter zum nächsten Kill, Leute. Und die Tastleiste ist voll, deswegen müssen wir uns beeilen. Let's go, nächster Kill. Wo ist der hin? Wo ist der hingegangen? Gut, gelasert, Bro. Der vierte Kill, Bruder. Let's go. Und Odumann hat seine Sniper, Baby. Gib her, Digga. Gib her. Gar kein Problem, Digga. Let's go, Freunde. Let's go. Vier Kills, Brudi. Okay, Freunde. Ihr habt es gesehen. Wir haben den nächsten Kill. Und wir müssen schnell einen slacken, Digga. Wir müssen einen slacken. Wir müssen schnell einen slacken. Communications machen wir an. Und slacken da gleich jemanden? Nani? Nani? Was ist passiert, Crafter? Was ist passiert? Ganz kurz, Freunde. Ganz kurz. Von dem, dem wir es am wenigsten erwartet haben, hat vor meinen Augen Cookie getötet. Also es ist safe, Mave Lepus. Safe nicht. Aber es ist Crafter, 100%. Er hat vor meinen Augen jemanden getötet. Er schreibt auch direkt. Äh. Oh, du Mann. Hahaha. Weißt du, so schlecht. Ich dachte, wirklich Lepus ist es. Vor einer Sekunde den Cookie gesehen. Mit wem hast du Cookie gesehen, Mave Lepus? Das ist jetzt eine gute Frage. Mit Crafter. Crafter ist safe, 100% safe. Ähm. Ähm. Ja gut, Freunde. Ich habe verloren. Weil ich weiß nicht, wieso. Aber fast hätte es geklappt, Freunde. Und ja, ganz kurz für die Community. Leute, Jungs, wir haben gerade gemacht. Ein Kill in Fortnite ist gleich ein Kill in Among Us. Ich hätte fünf Leute versuchen zu killen. Und vier Leute versuchen raus zu voten. Nein, habe ich das nicht geschafft, weil irgendjemand ein Disconnect hatte oder so. Scheiße. Ja, keine Ahnung, Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Liken ab. Da checkt euch auf jeden Fall auch mal mein Instagram ab, Leute. Da habe ich gestern ein Video über ein Bild hochgeladen. Und da sind lustige Storys. Und heute, wo das Video online kommt, ist auch ein schönes Bild von mir und meinem Drucker. Deswegen, äh. Sag tschüss, Drucker. Das ist auch meine Ergäume, Alter. Ich habe voll den Hoffnung von dir verloren. Oder man, du bist so scheiße, Leute. Da hinten war einer. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da hinten war einer. Und hat auf den geschossen. Er weiß nicht von wo. Er weiß nicht von wo. Er weiß nicht von wo. Das ist gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ruhig. Boom. Boom. Fünfter Kill, Bruder. Wir haben die Hälfte, Digga. Wir haben die Hälfte, Bruder. Rein da. Wir haben die Hälfte. Wir haben die Hälfte. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, Digga. Nein.